Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kleinen Spezialfolge, denn heute geht es nicht um Brettspiele, sondern heute geht es um zwei sehr coole Puzzles. Ja, ich hatte gesehen, dass Ravensburger eine Kooperation jetzt mit den drei Fragezeichen hat und deswegen habe ich mir hier so eine drei Fragezeichen-Box, ein 3D-Puzzle angefragt per Rezensionsexemplar, weil ich mir das mal angucken wollte. Ich bin, ja wie ihr wisst, sehr großer drei Fragezeichen-Fan. Und dann kam der Zufall so, dass ich auch noch direkt von PuzzleU angeschrieben wurde, ob ich nicht mal dieses coole Tausender-Puzzle rezensieren möchte, bei dem es nämlich eine sehr coole Besonderheit gibt. Das Ding ist auch für den Deutschen Spielzeugpreis nominiert dieses Jahr. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass ich mich entschieden habe, hier so ein kleines Sondervideo zum Thema Puzzles zu machen. Und ich möchte euch gerne in diesem Video diese beiden Puzzles einmal kurz vorstellen und euch sagen, warum ihr, falls ihr Puzzles mögt oder auch nicht mögt, auf jeden Fall etwas Ausschau hier nach diesen beiden Puzzles halten solltet, warum ich diese wirklich richtig empfehlen kann. Ich fange einfach mal an mit dem Tabaluga in dem Märchenwelt-Puzzle. Dieses Puzzle ist ein, ja, Tausender-Puzzle, was erstmal relativ viel nach vielen Teilen klingt. Und es ist ein Märchen, ja, hier sind ganz viele Märchen abgebildet, was erstmal schon mal richtig cool ist. Ich finde insgesamt dieses, ja, dieses Bild ziemlich cool, weil wir hier wirklich die unterschiedlichsten Märchen wiederfinden. Und schon beim Puzzlen tatsächlich dann auch immer so ein bisschen miträtseln, ja, okay, welches Märchen kann das sein? Ja, hier haben wir dann irgendwie Dornröschen, wir haben hier der geschiefelte Kater ist hier irgendwo. Also da gibt es Frau Holle, gibt es hier. Also wirklich relativ viele coole Märchenfiguren, die man hier kennt. Hier oben ist, glaube ich, Frau Holle genau. Und wir haben natürlich den Tabaluga hier. Tabaluga kennt ihr, Peter Maffay, ja, muss ich eigentlich nicht viel noch zu sagen. Und das Besondere an diesem Puzzle ist aber, dass wir dieses Puzzle smart sorted bekommen. So nennt sich das, denn wir haben in diesem Puzzle einzelne kleine Mini-Verpackungen, bei denen jeweils 25 Teile drin sind. Das heißt, dieses Tausender-Puzzle könnt ihr auch mit euren Kindern puzzeln. Also Tausender-Puzzle ist natürlich relativ schwierig und da muss man schon ein bisschen geübt für sein. Aber das Coole ist, ihr könnt quasi, ja, jeden Abend oder vielleicht einmal in der Woche, könnt ihr einen kleinen Teil des Puzzles puzzeln. So, wenn ihr es kauft, ich kann das einfach mal kurz zeigen, kommt das Ganze erstmal auf jeden Fall ohne Plastik aus, was auch schon mal cool ist. Mit so einer kleinen Abdeckung, mit solchen kleinen Einbuchtungen, damit die Teile nicht rausfallen. Und dann habt ihr hier diese kleinen, ja, diese kleinen Papier-Papp-Röhren oder Papp-Container. Und in diesen kleinen Papp-Containern habt ihr dann jeweils 25 Puzzleteile, die alle dann miteinander, ja, zusammenhängen. Das heißt, ihr könnt immer kleine Teile bauen und puzzeln und die dann wieder an das große Puzzle dranhängen. Ich zeige das Ganze auch alles nochmal ein bisschen im Zeitraffer hier, während ich euch davon erzähle. Ich habe beide Puzzle aufgenommen, wie ich sie gepuzzelt habe. Habt ihr bestimmt schon gesehen, habe ich vielleicht auch schon eingeblendet. Und ja, so könnt ihr quasi auch den Schwierigkeitsgrad selber bestimmen. Also das heißt, möchtet ihr vielleicht eher ein Hunderter-Puzzle machen, dann nehmt ihr vier von diesen Dingern. Wenn ihr mit eurem Kind vielleicht, ja, ein Zweihunderter-Puzzle machen wollt, dann nehmt ihr acht von diesen Dingern, die hier zusammenhängen. Und so könnt ihr quasi, ja, die Schwierigkeit selber bestimmen und habt am Ende aber ein sehr cooles, großes Puzzle. Ja, was für eure Kinder dann einfach auch ein sehr cooles Bild ist, wo sie dann die Märchen wieder entdecken können. Also da muss ich sagen, es ist wirklich eine sehr coole Idee. Und ich frage mich halt, dieses vorsortierte Puzzle, wieso ist da eigentlich nicht eher jemand drauf gekommen? Also ich muss sagen, es ist richtig cool. Vor allen Dingen jetzt auch, ja, für mich, ich musste nicht das Tausender-Puzzle auf einmal puzzeln, sondern ich habe es dann halt auch in diesen kleinen Chargen gemacht. Ich habe wirklich sehr viel Zeit gespart, dadurch, dass ich das nicht komplett als Tausender-Puzzle machen muss. Und ja, so kann ich das euch halt auch viel besser vorstellen, tatsächlich. Ein weiterer Vorteil, den ich auch tatsächlich erst so beim Einpacken, ja, gemerkt habe, ist, dadurch, dass das Smart-Sorted ist, sind diese ganzen Puzzleteile nicht mehr mit diesem, also wenn man halt ein normales Puzzle öffnet, hat man diesen Beutel mit diesen tausend Teilen und man hat halt diesen ganzen, diesen Puzzlerücken, dieses Papier, was hinten am Puzzlerücken dran ist, überall fliegen. Und das liegt dann voll auf dem Tisch, überall oder auf dem Boden, je nachdem, wo man das puzzelt. Und das muss ich sagen, ist mir hier aufgefallen, dass das kaum vorhanden ist. Also die Teile sind super von der Qualität, also es hat wirklich alles sehr gut gepasst. Passformen sind top, also ich habe schon viele Puzzle in meinem Leben gemacht und da muss ich sagen, erkenne ich wirklich, ja, keinen Unterschied zu anderen richtig guten Qualitätspuzzlen. Und das Einzige ist so ein bisschen, es ist ein bisschen anstrengend, falls man das aber auch überhaupt machen möchte, das Ganze dann auch wieder smart-sorted reinzusortieren. Ich musste dann immer, ja, abzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, habe das dann so leicht abgedingendst und habe das dann in diese Packungen geworfen. Ich habe auch in dem einen, ist mir auf jeden Fall ein Fehler unterlaufen. Das heißt, sollte ich das mal irgendwie an einen von euch, ja, weitergeben oder dann werdet ihr feststellen, da ist, ja, eins so ein Ding, wo, glaube ich, mehr Teile als 25 drin sind und eins, wo weniger als 25 drin sind. Aber gut, ich glaube auch tatsächlich, wenn man das dann einmal in so einem kleinen, ja, in diesen kleinen Chargen gemacht hat, kann man sich auch mal an das Große wagen. Ja, auf jeden Fall eine sehr coole Sache, muss ich sagen, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich bin gespannt, ob es dann auch den deutschen Spielzeugpreis gewinnt, ob es dann eine Chance hat. Ich bin da gar nicht so firm drin, wie innovativ etwas sein muss. Aber, ja, dieses Smart-Sort, das gefällt mir wirklich gut. Und, ja, Preistation ist jetzt ein Rezensionsexemplar. Ich habe mal auf der Internetseite geguckt. Ja, ist in Ordnung. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das überteuert oder teurer ist als andere Puzzle. Finde ich vollkommen fair. Ich glaube, dieses Smart-Sort gibt es auch mittlerweile für eigene Motive. Müsst ihr da mal schauen. Auf jeden Fall sehr cooles Ding. So, und dann kommen wir zur zweiten, zum zweiten Puzzle. Das ist das Drei-Frage-Zeichen-Puzzle, was ich mir hier, so ein 3D-Puzzle, ja, angefragt habe. Und das muss ich sagen, ist auch sehr cool. Das Ganze sind keine Papier-Teile, sondern das sind alles so Plastik-Teile. Und ich habe das natürlich auch hier stehen. Ich habe das hier einmal fertig gepuzzelt, kann ich auch hier einmal in die Kamera zeigen. Und wie geil ist das? Das sind halt alles die Cover der drei Fragezeichen-Folgen. Ich weiß gar nicht, bis zu welcher Folge. Ja, es sieht so aus, ja, so, es geht auf jeden Fall in die 40er rein, würde ich sagen. Hier mit dem höllischen Wehrwolf, ja, da, da ist der höllische Wehrwolf, der Karpatenhund, den sehen wir. Das sind alles, da kommt so eine richtig Nostalgie auf. Ich finde ja, diese Cover, die sind ja alle von Iger Rush, einer, ja, Künstlerin. Und, ja, also, muss ich sagen, da hole ich direkt meine Kassetten wieder raus und schaue mir die ganzen Cover an. Und das Puzzeln hat halt wirklich unglaublichen Spaß gemacht, weil man, ja, man hat die Teile natürlich alle irgendwie auf dem Tisch verteilt. Und dann sieht man schon, ah, guck mal, das gehört zum rasenden Löwen. Und dann macht man hier den rasenden Löwen, da das Nabengesicht, hier die singende Schlange. Als drei Fragezeichen-Fan ist das wirklich, macht das richtig viel Spaß, muss ich sagen. Die Teile, das sind, wie gesagt, alles so Plastik-Teile, die, ja, sind ganz gut, können ganz gut so miteinander geklickt werden. Das ist auch wirklich sehr fest, muss man sagen. Also, da wackelt auch kein Teil. Das einzige bisschen nervige war, das in diese Form reinzukriegen. Also, ihr seht auch die Ecken. Die Ecken, das sind so Teile, die kann man biegen. Und, ja, die sind relativ schwer zu biegen. Und ich empfehle euch, falls ihr euch das holt, biegt die, bevor ihr das zusammensetzt. Also, puzzelt das am besten schon irgendwie. Die, also ich habe, seht ihr ja auch in dem Video, ich habe das halt so flach gepuzzelt, dass das so zwei so eine lange Stränge ergeben. Die habe ich dann zusammengesetzt und dann muss man die halt im Nachhinein knicken. Und das ist relativ aufwendig, weil man doch ein bisschen viel Kraft braucht. Zumindest Kinder könnten da ihre Probleme haben. Ja, und dann muss man das hier in diese Form rein. Und dann muss das halt wirklich richtig gut geknickt sein. Das muss richtig eben sein, damit man diesen Rahmen hier gut draufsetzen kann. Und dann ist das drinnen noch mit so Papier verkleidet. Und hier ist noch so ein Dings, was man hin und her schieben kann. Das kann man auch hier rausnehmen. Da kann man halt alles Mögliche reintun. Keine Ahnung, so ein bisschen Bürokrab. Vielleicht ist das was für euren Schreibtisch. Muss man da sehen. Genau. Richtig cooles Teil. Also, es gefällt mir richtig gut. Das hat jetzt auf jeden Fall einen Platz hier in meinem Regal. Mal gucken. Vielleicht nehme ich es sogar auf die Arbeit mit, um da meinen Kram reinzutun. Wobei ich gar nicht so viel Kram habe da, weil wir papierlos arbeiten. Aber, ja, muss ich sagen. Und einfach richtig cool. Und tatsächlich habe ich mich gefragt, was das hier für ein Cover ist. Ist das der Doppelgänger? Das hier? Da war ich mir auch beim Bauen nicht ganz sicher, was für eine Folge das sein soll. Oder, das kam mir gar nicht bekannt vor. Ansonsten, und das hier kam mir auch nicht so richtig bekannt vor. Wisst ihr das, was das ist? Ist das, es gibt ja auch teilweise, wurden die Cover ja auch aus dem Amerikanischen geändert. Also, es gibt ja auch zum Beispiel das Gespensterschloss hat noch irgendwie im Amerikanischen wohl ein anderes Cover. Also, das hier, falls ihr das wisst, welche beiden Cover, von welchen Folgen das sind, könnt ihr ja vielleicht auch nochmal in die Comments schreiben. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, und ansonsten, richtig cool. Hier gekaufte Spieler, Ameisenmensch, der grüne Geist, der giftige Gockel, die gerätselhaften Bilder, der Superwahl, Bergmonster, heimlicher Hehler. Ach, da sind so viele gute Folgen dabei. Auch wenn natürlich die alten Folgen schon auch ein bisschen quatschig teilweise sind. So ein bisschen Nostalgie auf jeden Fall dabei. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Eine richtig coole Puzzlebox, so ein 3D, ja, so ein 3D-Puzzle von den drei Fragezeichen jetzt bei Ravensburger. Ja, und das war's zu meinem Puzzle-Video. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht einen kleinen Anstoß geben. Ja, neben den Brettspielen könnt ihr ja noch zwischendurch mal ein bisschen puzzeln. Ich habe auch gehört, dass die Puzzle richtig gut in diesen coolen Brettspieltischen gepuzzelt werden können. Ich habe leider keinen Brettspieltisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich irgendwann meinen habe, ich dann auch nochmal ein richtig geiles Puzzle anfange, dann vielleicht nochmal so ein 5000er oder so. Da habe ich auch ganz viele noch irgendwo auf dem Dachboden liegen, die ich irgendwie in der Jugend auch viel gepuzzelt habe. Da würde ich, glaube ich, mal wieder eins rausholen wollen. Naja, das zu den Puzzlen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen, ja, einen Eindruck davon geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen Comment, wie euch das Video gefallen hat, wie euch Puzzle im Allgemeinen gefallen. Ist es überhaupt ein Thema, was ihr hier auf meinem Kanal weiter sehen wollt? Solche Sachen auch vielleicht neben den Brettspielen, so ein bisschen, ja, Nerd-Stuff? Oder seid ihr eher so, ja, bleibt mal bei deinen Brettspielen, das finden wir besser? Ja, würde ich auch gerne einmal euer Feedback hören. Wie das so ankommt, kann ich natürlich auch sehen anhand der, ja, Klickzahlen und so. Also, falls euch das interessiert, auf jeden Fall angucken und draufklicken und bis zum Ende gucken. Dann kann ich so ein bisschen auch meine Schlüsse daraus ziehen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut auch gerne noch ein weiteres Video. Ich hätte hier einmal ein Gespielt-Video auf, ja, sieben Spiele, die ich euch vorstelle. Und dann auch immer zu so einer, ja, spontanen Kategorie, die ich aus einem Beutel ziehe, die ich auch vorher nicht kenne, einranken muss. Ja, das fällt mir teilweise relativ schwer, aber teilweise auch relativ leicht. Kommt ein bisschen auf die Kategorie drauf an. Ja, kommt ab und zu mal was Lustiges raus. Und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist das was für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.